Schuchowskae Baschnia 1. in der Welt Hyperboloid-Konstruktion 1. Hyperboloid-Konstruktion in der Welt Prof. Armin Grün Es ist das erste Mal, dass der Schuchow-Turm in Polipino genau vermessen wird. Wir produzieren Bilder, Stereo-Aufnahmen von dem Turm und daraus wird dann ein 3D-Modell generiert. Diese Aufnahmen haben wir beflogen mit einem Optocopter. Das ist ein sogenanntes UAV, Unmanned Aerial Vehicle, das autonom arbeitet, das ein GPS-System, ein IMU-System an Bord hat und eine Kamera. Mit dieser Kamera haben wir sechs vertikale Streifen beflogen. Ein Streifen besteht aus mehreren sich überlappenden Bildern. Und aus diesen Bildern, aus diesen Stereo-Aufnahmen wird schlussendlich das 3D-Modell hochgenau auf Zentimeter genau generiert. Es ist zu früh, wir sind nur in Tschechien. Es ist zu früh, wir sind nur in Tschechien. Und das ist zu früh, wir sind nicht so weit, wir sind nicht so weit, wir sind so weit. Ja, das ist die Verkaufung der 4.000.000. Auf geht's den Schiff, wir haben es gut. Die Schiff zu tun, aber ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehrhonnen. Es ist gut. Es geht vor allem. Es gibt keine Schiffen. Es ist gut. Es ist sicher, dass ich die Schiffen ernebeigte. Ich habe es nicht mehr so schnell. Es ist einfach so schnell. Ich habe es nicht mehr so viel zu verblenden. Rekha Dön. Vnizu ist die Palibina. Ich bin hier Dön. Das ist besser als Flugzeug. Das ist besser als Flugzeug. Ich weiß, dass ich mich im Projekt trebe. Wenn man sich die Arresto-Arresto hat, dann muss man den Metall probieren. Wir sind auf der Leitere Tarte. Wir sind in der Leitere Tarte. Hier ist ein Dorf. Hier ist ein Dorf, in dem 18. Jahrhundert Arschitektorin Bajenov, der in der Revolte der Revolte, der erste Museum der Kulikow-Bitle. Das ist ein Dorf. Das Dorf des Arresto-Arresto-Arresto-Arresto-Arresto-Arresto.